hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich wüns wieder euer lexus schön dass ihr einschaltet wir gucken uns heute in den easy news hier bei easy weekend wieder einige spannende themen an und diese woche habe ich wirklich sehr sehr viel für euch in petto also eine menge informationen die es rund um die welt von tamriel zu teilen gibt so wird es heute so sein dass wir heute das neue jubiläums beziehungsweise erstmal das narrenfest besprechen werden denn es gibt wieder 100 prozent mehr erfahrung ganz doll wichtig vor allem jetzt wo die champion punkte und das leveln endlich wieder was bringen des weiteren gibt es einen eso podcast den ich euch vorstellen möchte dann gibt es an dieser stelle hier eine news zu den kronkisten und ja im titel steht schon an erster stelle ein bestimmtes preismodell womit ich mit oder worüber ich gerne mit euch sprechen möchte es gibt news zu den serodil tests die auch nun auf konsole gestartet sind seit einer woche und ganz zum schluss gibt es roundabout ein paar infos rund um twitch drops ein aktuell laufendes giveaway und dann natürlich die weekly giveaway die weekly inhalte möchte ich gerne sagen also luxus ausstattet goldene und so weiter und so fort lasst uns ins spiel springen beziehungsweise auf die website und gucken uns das ganze ein bisschen genauer an worum geht es eigentlich bei diesen narrenfest nun ja das hier sind die informationen die wir zum narrenfest erhalten haben und tatsächlich ist das narrenfest eigentlich komplett identisch im vergleich zu den letzten zwei jahren startet am 25 märz um 15 uhr und geht bis zum ersten april 16 uhr mitte europäischer zeit erinnert sich das ganze nun wegen der zeitumstellung die müsste glaube ich am 28 sein meines wissens nach ihr findet die zelte jeweils vor den hauptstätten der anfangsgebiete und da mir aufgefallen dass ich habe zum narrenfest noch gar kein video werde ich schauen dass ich noch ein extra video zwischenschiebe damit ihr zum narrenfest ein guide video habt an dieser stelle hier prinzipiell gibt es einen neuen montur stil und zwar diesen schnicken hier und es gibt fragmente in den überraschungskisten der verspielten schelmen als andenken ein andenken okay alles klar also jetzt hier nichts vielleicht ist das hier das andenken eventuell ich weiß es nicht dementsprechend lassen wir uns da was das angeht überraschen ja ich werde euch auf jeden fall auf dem laufenden halten wie das aussieht mit diesem neuen event was es jetzt hier zu besprechen gibt und direkt nach diesem event in richtung juni juli wird vermutlich gleich das nächste event starten und zwar das jubiläumsevent auch noch mal mit 100 mehr erfahrung dementsprechend auch da ist nicht mehr lange hin und dann können wir uns auch das anschauen und und das und das ganze genießen ja und ansonsten gibt es hier noch ein paar informationen zu den ereignissscheinen also ihr könnt wieder eignissscheine erspielen auch dazu dann noch mal mehr in diesem gesonderten guide so nun aber zu einem bisschen eigenwerbung hier die ich ganz kurz einwerfen möchte denn wir waren zu gast bei mein mmo und das ganze möchte ich hier zumindest an dieser stelle kurz einmal erwähnt haben schaut gerne mal vorbei und zwar haben wir mit der lieben mizemeli einem mitglied oder eine sehr bezaubernde streamerin aus dem offiziellen seelersports online streamteam gemeinsam mit der chefredakteurin lea haben wir einen podcast aufgenommen rund um seelersports online blackwood lohnt es sich wieder einzusteigen was muss man wissen jetzt mit dem neuen champion punktesystem vieles mehr erfahrt im video ich tue euch das als ersten link in die video beschreibung wir würden uns sehr freuen wenn ihr vorbeischaut und vielleicht ein bisschen feedback da lasst jetzt aber mehr wieder zu den weekly themen bzw zu den weekend themen denn es gibt etwas super spannendes über was wir definitiv reden müssen eine ankündigung zu den neuen kronen kisten durch die wir ganz kurz durch scrollen und dann möchte ich mit euch mal kurz ins spiel springen ja folgendes während der season der neuen kronen kisten werden diese drei extrem seltenen reittiere also diese hier tun wir uns gleich noch mal im spiel an direkt auch über kronen edelsteine im kronen shop zu erwerben sein dies ist das erste mal dass ihr euch die seltenen inhalte aus den kronen kisten optional auch über kronen edelsteine kaufen könnt ihr findet sie im kronen shop im spiel im abschnitt seltene apex belohnungen unter kronen kisten jetzt gehen wir einfach mal direkt ins spiel gucken uns das ganze da vielleicht ein bisschen genauer an um ein besseres bild zukommen denn ich möchte da gerne eine diskussion oder zu einer diskussion verleiten und dementsprechend gucken wir mal ganz kurz hier rein ja also man kann jetzt hier im kronen shop man auf kronen kisten geht konnte man ja immer auf die kronen kiste mit rechts klick drauf gehen auf eine vorschau und hier gibt es die sogenannten radiant apex mounts die super seltenen mounts diese konnte man mit einer null komma eine null komma wahrscheinlichkeit ziehen in den alten kisten das heißt also es gab meistens ein mount wahrscheinlich ist es dieses diese kronen kisten sie sind dieses hier es gab ein mount was man für round also was man mit einer wahrscheinlichkeit von 0,11 prozent 0,12 prozent ungefähr gezogen hat und dann gab es zwei mounts die man ungefähr mit 0,18 bis 0,22 prozent wahrscheinlichkeit gezogen hat also super super selten ja wirklich was ganz besonderes dementsprechend hier auch krasse beschwörungsanimation und so weiter und so fort und nun ist es so es gab ein gerichtsbeschluss ich vermute zumindest dass es jetzt hier eigene meinung und ein zusammen reimen der tatsachen weil ihr schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr das seht aber dementsprechend jetzt hier dieses bitte aus mit dieser aussage die ich nun treffe auf jeden fall differenziert betrachten es gab ein urteil dass spiele die loot box ähnliche inhalte beinhalten an dieser stelle ich hier in zukunft ab 18 zu kennzeichnen sind solche spiele wie fifa haben natürlich ganz große probleme und seelersports online möchte sich natürlich auch an die regeln halten dementsprechend vermute ich dass deswegen nun alle inhalte auch ohne glücksspiel ähnliche faktoren erwerbbar sind nämlich über kronen die stelle die man ja konstant bekommt und ich möchte mit euch einmal hier über die preise sprechen ja also wir hatten geschätzt bevor diese kronen kisten season raus kam die ankündigung war schon da wir wussten also in zukunft also die radiant apex mounts auch für kronen edelsteine bis jetzt war es halt so dass man diese drei ersten mounts sowie diesen kuchen hier unten ausschließlich nur über die kronen kisten selbst ziehen konnte man konnte sie sich nicht über kronen edelsteine kaufen das haben sie nun geändert und man kann jetzt hier dieses reit hier für 2500 kronen edelsteine kaufen dann den wolf 1200 und das reit hier das pferd für 1600 und die vertebriner pink hat gestern mal 60 kronen kisten für euch geöffnet und hat ein bisschen plus minus mehr als 500 edelsteine bekommen das natürlich glücksbasierend man kann wahrscheinlich zwischen 4 bis 800 edelsteine bekommen pro 60 kisten so in dem dreh ungefähr das heißt also das ist eine ziemlich weite spanne die wir da betrachten müssen gehen wir jetzt mal von einem durchschnitt aus von 500 edelsteine bei 60 kisten das ist eher unkleres mittelfeld hatte also nicht so viel glück hat nicht so viele items doppelt bekommen wenn man desto mehr kronen kisten natürlich öffnet desto höher ist die wahrscheinlichkeit dass man sachen doppelt zieht dementsprechend bekommt man gegen ende hin dann insgesamt mehr kronen edelsteine aber wir haben mal ausgerechnet und geschätzt wie viel solch ein reit hier ungefähr wert ist und wir sind auf den wert gekommen von insgesamt fünf mal dem großen paket das heißt also moment das war mehr als fünf mal das große paket jetzt muss ich ganz kurz selber noch mal nachrechnen bevor ich euch jetzt hier etwas falsches sage ein moment ich melde mich gleich wieder wenn ich die zahl noch mal rausgesucht habe ich hatte es doch noch richtig im kopf also wir haben ausgerechnet dass man ungefähr vier bis fünf mal das große kronen edelstein paket braucht um an dieses reitier hier ranzukommen um an die 2500 edelsteine ranzukommen ausgehend von der aussage dass man noch keine kronen edelsteine hat das heißt also man braucht und man muss ungefähr ohne kronen sale 500 bis 625 euro investieren um an dieses reitier ranzukommen 500 bis 625 euro das ist eine menge geld selbst mit kronen sale gehen wir mal davon aus die kronen sind um 50 prozent rabattiert das heißt das größte paket kostet die hälfte gehen wir mal also ungefähr davon aus das kostet dann immer 74 99 und jetzt rechnen wir das in dem fall auch mal fünf das heißt also ihr müsstet immer noch 300 bis 375 euro zahlen um an dieses reitier ranzukommen und ich möchte mit euch gerne darüber sprechen unabhängig davon dass das eine menge geld ist denn das ist definitiv eine menge geld in mit dem hintergrund wissen wie selten diese reittiere von ihrer drop wahrscheinlichkeit eins waren mal ganz davon abgesehen dass wenn man sich so viele kisten kauft die wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist dass man eins dieser reittiere sowieso aus den kisten ziehen wird denn wenn jemand tatsächlich so viele kisten öffnet das heißt fünf mal fünf mal jemals vier das heißt also über 20 mal 15 kronen kisten öffnet dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass eins dieser reittiere mit dabei sein wird unabhängig davon jetzt rein subjektiv rein objektiv betrachtet vom preis her was sagt ihr zu dieser gestaltung ich muss ganz ehrlich sagen die standard apex reittiere kosten 400 kronen edelsteine die besonders seltenen reittiere die manchmal für kurze zeit angeboten werden für kronen edelsteine kosten 600 kronen edelsteine ich habe also mit einem preis zwischen 1000 1200 gerechnet vielleicht 1500 habt ihr mit diesen preisen gerechnet und was haltet ihr von diesen preisen das würde mich persönlich ganz stark in interessieren schreibt sie mal in die kommentare auch für zukünftige kronen kisten seasons wenn ihr sagt unabhängig von diesen reittieren was sagt ihr zu diesem preis würde mich wirklich interessieren schreibt es mir in die kommentare ist mir tatsächlich ein sehr wichtiges thema was ich heute hier an dieser stelle mit euch ansprechen mit euch besprechen wollte ja so viel also zu dem kronen kisten thema was ich doch sehr brisant fand und jetzt möchte ich mit euch zum nächsten thema kommen und zwar zu den cirro die prog sets tests die ja nun auch auf der konsole gestartet sind und da ist es nun so dass sich da ein bisschen was verändert hat wir fangen erst mal im allgemeinen mit den update informationen an denn im forum wurde folgendes gepostet sinemex hat gesagt dass nicht wie ursprünglich angekündigt die tests bis zum update 31 im september gehen werden sondern dass die ab dass die tests beziehungsweise die prog set die deaktivierten prox sets nur bis ab der 30 blackwood deaktiviert bleiben das heißt also im juni juli werden die wieder aktiviert die nächsten zweieinhalb bis drei monate je nachdem auf pc oder konsole spielt werden wir also weiterhin in cirro deaktivierte prox hat haben und ab dem update blackwood dann werden diese sets wieder aktiviert da würde ich gerne eure meinung zu wissen was sagt ihr zu diesem thema zu diesem schachzug sagt ihr hey ich finde das eigentlich ganz cool aktuell diese neue meter ohne prox sets ist irgendwie mehr skill basierend sagt ihr ja mir fehlt schon so ein bisschen die vielfalt welches team seid ihr was ist eure meinung zu dem thema und ich lese öfters die fragen welches jetzt funktionieren denn eigentlich auch das ganz klar hier noch mal eine liste ich verlinke die euch auch noch mal ihr seht hier noch mal wie er da hinkommt das heißt also solche sachen wie julianus mutter tränen kettensprenger zauber hier was haben wir hier noch agilität dann haben wir hier zwei klinks und so weiter die funktionieren weiterhin ja hier droik und alfik das sind alles sets die funktionieren es gibt aber auch ein paar sets die sich so lesen als ob sie funktionieren sollten zum beispiel ewiger elan was euch einfach regeneration gibt liest sich so als ob es funktionieren sollte das ding bei diesem set ist zum beispiel dass es abhängig ist von eurem leben dementsprechend ist es von einem parameter abhängig und es gilt dann dementsprechend als definition vom prox set her und auch solche sachen wie doppelstern funktionieren nicht das heißt also fand ich ihn sehr spannend das hier noch mal zu zeigen als euch für über als übersicht das heißt es gibt einiges jetzt die nicht funktionieren zum beispiel halt ewiger elan zum beispiel akelyt des neuen mondes das zweier set von schudan funktioniert nicht das zweier set von schleimkropf funktioniert nicht doppelstern funktioniert nicht die ganzen arena waffen und mythic items funktionieren alle aktuell nicht in serodiel das wird auch noch die nächsten drei monate so bleiben soweit so gut auch da würde mich eure meinung sehr interessieren wollt ihr noch ein extra video haben das ist ja nur noch drei wochen lang wollte noch ein extra pvp video haben wo wir uns über gute kombinationsmöglichkeiten im pvp unterhalten also kombinationsmöglichkeit besteht aus diesen sets hier dann schreibt mir auch das gerne noch mal in die kommentare oder lasst mir like damit sehe ich da am schnellsten wie ihr dazu steht falls ihr da aber allgemeine informationen zu haben wollt dann schaut gerne auf twitch.tv slash alex nur es vorbei denn natürlich solche fragen werden da regelmäßig behandelt wir sind ja auch regelmäßig an battlegrounds machen hauptsächlich eher weniger im open world zirodiel pvp unterwegs aber trotzdem für uns natürlich ein spannendes thema ja so weit so gut erst mal dazu jetzt kommen wir zu den ersten paar weekend themen nachdem wir die ganzen news einmal hier durchgesprochen haben und ja was gibt es am wochenende zu besprechen es wird wieder twitch jobs geben jungs und mädels also auch da wieder ein grund vorbeizuschauen auf twitch um jetzt hier zweimal diesen schönen wer das schöne werbe pop up einzublenden also die datums anzeigen sind komplett völlig falsch ich weiß nicht die person die die twitch jobs eingetragen hatten kaffee zu wenig getrunken glaube ich die twitch jobs sind heute schon aktiv am sonnt am samstag ab 6 uhr werden vermutlich bis montag 6 uhr gehen das zumindest meine vermutung denn das datum hier ist natürlich falsch aber sind halt heute schon aktiv ich habe meinen job auch für heute schon bekommen wir können auch gerade mal kurz öffnen falls ihr lust drauf habt so machen wir den mal spontan auf mal gucken was wir hier raus bekommen ja krone edelsteine sage ich doch nicht nein ich brauche ja noch ein paar um mir eins von den super seltenen mounds zu holen fünf krone edelsteine kann man da ruhig mal mitnehmen würde ich mal sagen okay so weit so gut erst mal dazu ja also twitch jobs aktiv dieses wochenende dann ich glaube auch dass hier fehler vorgefallen sind am 25 wir können gerne einmal nachschauen dabei handelt es sich um den donnerstag um 15 uhr bis zum 27 dabei handelt es sich um den samstag um 6 uhr werden die twitch jobs zum narrenfest aktiv sein ich halte das für einen weiteren eintragungsfehler denn es gibt keinen grund dafür warum am samstag um 6 uhr die twitch jobs enden sollten warum die samstag und sonntag nicht aktiv sind das ist in meinen augen absoluter quatsch deswegen ich gehe sehr stark davon aus dass auch die vermutlich entweder vielleicht bis sonntag laufen oder eigentlich bis montag also ich gehe auch ganz stark davon aus dass das hier ein eintragungsfehler ist leider existiert er auch so im englischen ich vermute das ist also ein übertragungsfehler die person die es ins deutsch übersetzt hat trägt also vielleicht keine schuld ich weiß es nicht so genau ja dementsprechend ich gehe ganz stark davon aus dass das ein eintragungsfehler ist und ja die twitch jobs dann länger aktiv sein werden aber ich weiß es nicht lassen wir uns überraschen was anderes bleibt uns ja in diesem falle nicht so wirklich übrig wo wir uns auch überraschen lassen sollten ist wer letzten endes diesen schnicken tweemer automaton hier gewinnt denn auch immer noch läuft unser weekly giveaway auch dazu ist der link in der video beschreibung schaut gerne mal vorbei es gibt diese 15 zentimeter vinyl statu vom montage general zu gewinnen macht gerne mit den geheimen treue code den verrate ich ab und zu auf twitch also auch ein grund da mal vorbeizuschauen wir werden nämlich am samstag um am sonntag um 18 uhr live sein für euch sonntag 18 uhr könnt ihr dementsprechend sowohl mitmachen bei den giveaway als auch euren twitch job abholen ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr vorbeischauen wenn wir gerade schon im browser sind schauen wir doch auch hier noch mal kurz in die dailies rein auf meinem discord wir sehen heute haben wir verbannungszellen 1 kammer des wahnsinns krallen hort und morgen haben wir pilzkräuter 2 krypta der herzen 2 und gipfel der schuppen ruferin heute empfinde ich die dailies als einfacher ich würde euch also empfehlen wenn ihr veteran hartmut machen wollt um schlüssel zu fahren dann lohnt es sich vor allem heute die dailies sich da mal ein bisschen genauer anzuschauen jetzt haben wir uns die ganzen weekly informationen hier nach und nach reingezogen doch sehr sehr lange news folge heute es gab aber auch viel zu erzählen schreibt mir gerne in die kommentare ob ich da ab und zu mal gucken soll themen zurückhalten soll man sind sie nicht mehr so aktuell für die nächste news folge in der es dann vielleicht auch schon wieder viele themen gibt ja ich glaube es ist schon sinnvoll da sind die news folgen halt ein bisschen länger aber wir gucken uns alles zusammen immerhin an und das ist dann wenigstens brandaktuell ja gucken wir uns einmal an wo die goldene sich befindet die befindet sich hier in serodiel einmal hier im altmeere dominion deutsch bündnis zwischen diesen beiden stallungen und im ebenerzpakt auf dieser kleinen plattform hier die ist nur am wochenende da und sie hat heute gute sachen im angebot zum einen grof gar ein ja gut ich wollte mir das gerade gar nicht anschauen so sieht die schulter von grof gar aus nein spaß beiseite grof gar ein sehr sehr gutes set vor allem für magiker templar pvp aber generell jede jede magiker basierende variante pvp auch im pve durchaus spielbar in solchen rates wie zum beispiel wolkenruhe und so weiter und so fort also auch da für pv charaktere durchaus eine möglichkeit auch jetzt beim grinden ist der aoe schaden von diesem set wieder sehr gut um so schnell wie möglich an viel erfahrungspunkte ranzukommen kommen wir zu den an jetzt kommen wir noch zum zweiten monster set das ist sturmfaust kann man auf ausdauer charakteren spielen wenn man sustain also ressource management probleme hat würde ich aber nicht unbedingt empfehlen nettes obendrauf dieser schock schaden hat die möglichkeit den gegner aus dem gleichgewicht zu bringen ich finde es keinen auf ausdauer charakter nicht mehr so gut wie früher dementsprechend kann ich es nicht empfehlen ja jetzt zu den schmucksachen flammenblüte liest sich zwar so als ob es guten schaden macht aber selbst im pvp ist es nicht so wirklich relevant dann haben wir hier feldwebel feldwebel war mal ganz interessant ja konnte man im pvp durchaus mal spielen weil wenn man sneaky unterwegs war konnte man ordentlich damage machen mit seinen heavy attacks aber auch da würde ich sagen inzwischen nicht mehr so interessant was aber super interessant ist ist listiger afik und auch wenn ihr gerne gold machen wollt denn das ist ein set was ihr beim händler verkaufen könnt dann ist jetzt der richtige zeitpunkt um zuzuschlagen weil dieses set hier die beste möglichkeit um eure lenz punkte in gold umzuwandeln denn es ist aktuell eins der stärksten wenn nicht sogar das beliebteste no prox set das heißt also das ist ein set was ihr jetzt aktuell im serodeil spielen könnt egal mit welcher magiker klasse und es ist super super stark was auch super stark ist es ausgestoßen auch hier ein sehr sehr gutes set für pvp auch wenn es sich wie für tanks liest im pvp da kann ich es aber nicht empfehlen aber wie gesagt ausgestoßen sehr sehr interessant und ein sehr gutes set sollte man auf jeden fall mal ein blick drauf werfen wenn man viel pvp unterwegs ist vor allem für ausdauerkarakter aber auch für magiker karaktere vielleicht mit einer leichten rüstung durchaus interessant ja so weit so gut zu den sets die wir hier haben ich würde sagen jetzt geht es auf zum luxus ausstatter gucken wir uns auch da einmal an was der luxus ausstatter hier für uns zu bieten hat ich mache mal den ingame sound an und wir reiten einmal schnell rüber let's go ja wenn ihr noch irgendwelche fragen zu dem themen dieser woche habt das heißt also zu den 100 prozent xp bonus die man beim narrenfest bekommen wird gut da wird ja dann noch ein guide video erscheinen ich hoffe ich schaffe das zeitlich für euch aufzunehmen wenn ihr irgendwelche fragen habt zu unserem podcast oder falls ihr in die kommentar sektion von mein mmo keine kommentare hinterlassen könnt schreibt auch hier gerne euer feedback rein meli und ich würden uns auf jeden fall freuen ich werde das dann auch auf jeden fall an die liebe meli und an lea die das ganze moderiert hat weiterleiten falls ansonsten irgendwelche fragen habt zu dem thema kronenkisten den kronen edelsteine und oder der prox set geschichte also der sets die bestimmte restriktionen brauchen um im pvp zu funktionieren auch da gerne einfach in die kommentare ich werde versuchen die kommentare nach bestem wissen und gewissen zu beantworten der luxus ausstatter hat diesmal endlich wieder coole items angeboten nämlich die alien sachen das auch neues item hier auf jeden fall das ist ist das neues item also das auf jeden fall das alte ich glaube das sind die beiden neuen items und die sind alt ja das ist ein knopf den kann man aktivieren und deaktivieren finde ich tatsächlich ganz nice ja der leuchtet dann auch wir sehen können wenn er aktiv ist und diese steine sind halt der wagen sind also wenn ihr irgendwie das ist sehr gelbliches licht dass da muss man drauf stehen entweder einem gefällt es oder einem gefällt es nicht wenn man auf super starke lichtquellen steht und das hier sind mit abstand die stärksten lichtquellen die es im spiel für hausen gibt dann sollte man zuschlagen auch vor allem der wert der vervielfacht sich meistens das heißt also ich glaube bevor die jetzt hier im shop zu kaufen waren gingen die für neun bis ja also sehr horrende preise ich glaube sogar wesentlich mehr für 12.000 bis 18.000 gold ging die glaube ich weg bevor die jetzt wieder verkauft jetzt wenn sie erst mal wieder sinken bis sie wieder angeboten werden also es lohnt sich wenn ihr gerne gold machen wollt mit diesen beiden lichtquellen könnte das auf jeden fall einfach kaufen und dann wieder anspieler verkaufen und generell falls ihr für euer haus extreme lichtquellen haben wollt dann habt ihr die möglichkeit dieses warme oder dieses kalte licht zu wählen so weit so gut ich gucke mal ganz kurz auf meinen zettel ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe und ich glaube ich habe tatsächlich noch eine kleinigkeit vergessen die ich ganz kurz an dieser stelle erwähnen wollte die liebe caro veranstaltet dieses wochenende beziehungsweise heute um 21.15 ein gilden event ja ich zeige das hier ganz kurz mal unserem discord steht es auch noch mal kommt gerne auf unseren discord um da informationen drüber zu bekommen und zwar heute um 21.15 machen wir ein ps4 community foto beziehungsweise die liebe caro macht das mit euch ein ps4 community foto was dann in den streams und in den pausen der streams in zukunft angezeigt wird ich habe ja da in meiner pausen ansicht so eine möglichkeit wo leute ihre charaktere hochladen können und dann werden diese charaktere dort angezeigt und auch dieses foto wird dann zukunft wieder mit drin vorkommen also wenn ihr gerne mitmachen wollt mit zu sehen sein wollt beim teil der ps4 community dann schaut heute mal vorbei und schreibt die liebe caro gerne an am besten über discord oder gerne auch über ihre psn id soweit so gut ich denke ich habe euch alle informationen für dieses wochenende wird auf den weg gegeben ich hoffe ihr habt euch gut informiert gefühlt ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen morgen mittag oder abend hier oben findet ihr ein video zu den schadens austeiler champion punkten das habe ich ja schon letzte woche empfohlen und direkt darunter ist jetzt auch ein video für tanks also noch mal sehr sehr cool dieser stelle dass das schon draußen ist denke ich mal für heiler wird auch eins kommen das werde ich heute mit dem lieben ben und seiner expertise aufnehmen denn ich spiele selbst ja keine heiler möchte euch da keinen quatsch erzählen in diesem sinne danke auch noch mal meine unterstützer wunderschönen morgen mittag oder abend bis zum nächsten video lasst gern ein abo da und aktiviert die glocke um in zukunft nichts mehr zu verpassen